In Zusammenhang mit der Hacker-Attacke auf Twitter-Konten von Prominenten ist ein 17-Jähriger als Hauptverdächtiger festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft von Hillsborough County in Florida legt ihm 30 Anklagepunkte zur Last, darunter organisierter Betrug und Hacking. Über die gekaperten Twitter-Konten wurden andere Nutzer in Tweets aufgefordert, Beträge in der Kryptowährung Bitcoin auf ein bestimmtes Konto zu schicken. Im Gegenzug erfolgte das Versprechen, den Betrag doppelt zurückzuzahlen. Zwei weiteren jungen Männern wird von einer Staatsanwaltschaft in Kalifornien mit Täterschaft und Beihilfe vorgeworfen.